Ey, du hast die falsche Seite aufgelegt! Taekwondo... Taekw... Man... Die Taekwondo-Abteilung des JSV Lippstadt wird sich demnächst in Ententanz umbenennen. Hauptgrund dafür ist, dass der Nachrichtensprecher sich beim Aussprechen des Namens der Abteilung oft verhaspelt. Vielen Dank an Niklas dafür! Am 22. November... 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 Am 22... ...Modalitäten... Ja... Baaaaa... Am 22. November... Am 22. November... Am 23. 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 November...